Er hat Zufa aufgerufen, Sprachnachrichten einzuschicken. Manche Leute haben Sprachnachrichten geschickt. Ich habe eine Favoritensprachnachricht ausgewählt, die heißt Küss mal Popo, ich hab Feierabend. Und die fand ich so gut, die habe ich als Song genommen. Küss mal Popo, ich hab Feierabend. Achtung, ich habe erst später herausgefunden, dass eine Reutlinger Hip-Hop-Größe dieses Sample angesprochen hat. Zucuk Ufuk heißt der. Und dann heute leider beim Afterwork liegt er bei seinem Weihe. Er muss arbeiten. Küss mal Popo, ich hab Feierabend. Küss mal Popo, ich hab Feierabend. Bis bald, bis bald, bis bald. Bis bald, bis bald, bis bald. Bis bald, bis bald. Bis bald, bis bald, bis bald, bis bald. Okay. Okay.